sage ich jetzt einmal, hallo YouTube, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über Final Fantasy 7 Rebirth zu sprechen. Ein kleiner Recap-Talk, der natürlicherweise voll von Spoilern ist. Also hier eine ganz große Spoiler-Warnung vorweg, auch an jemanden, der jetzt vielleicht zuschaut. Spoiler-Warnung, Spoiler-Warnung. Ich werde kein Blatt vom Mund nehmen, ich werde einfach erzählen, was im Spiel passiert. Und wer das nicht hören will, hat Pech gehabt. Das ist hier ein Dauer-Spoiler-Festival-Warnung. Anders geht es nicht, ansonsten muss ich mich zu sehr einschränken, wenn ich jetzt erzählen möchte. Wir haben uns hier zusammengefunden, um ein bisschen darüber zu sprechen. Ich, das ist meine Wenigkeit, Mr. Perfect. Und natürlich der liebe Chat, hauptsächlich bestehend aus Rahmenfederchen. Genau, wir werden einfach mal ein bisschen plaudern und gucken, wohin das führt. Ich habe es schon erwähnt, ich habe keinen roten Faden wirklich. Ich habe mir nicht wirklich irgendwas zurechtgelegt. Ich habe eine grobe Struktur im Kopf, was ich ansprechen möchte. Und vielleicht ergibt sich einfach so der Redefluss und ich springe ein bisschen hin und her so mit den Themen, was mir gerade in den Sinn kommt. Kurz mal zur Einordnung. Ich habe das Ganze am Sonntag beendet. Heute haben wir den 15.03. am Freitag. Es war der vergangene Sonntag. Jetzt, wenn ich rechnen könnte, könnte ich auch sagen, welcher Tag das war. Kann ich leider nicht. Aber das Ganze hat mich ungefähr 70 Stunden gekostet meiner Lebenszeit, dass ich dann die finalen Credits gesehen habe. 70 Stunden, die ich nicht bereue, aber auch zwischenzeitlich ein bisschen gehadert habe. Ja, aber generell, ich sage mal einfach vorweg, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr positiv gestimmt, was das Spiel angeht. Das waren schöne 70 Stunden. Am 29. habe ich losgelegt, also innerhalb von zwei Wochen, noch nicht mal ganz zwei Wochen, eher so eineinhalb Wochen habe ich die absolviert. Wo fangen wir dann am besten an? Wollen wir gleich mal mit der Story einsteigen, oder? Würde ich mal sagen. Wer mal schon mal dabei ist. Ist im Großen und Ganzen doch recht unspektakulär. So würde ich das ausdrücken. Weil, wer Final Fantasy VII kennt, wird gar nicht mal so viel Neues erleben. Also das Spiel folgt doch sehr linear der Story aus dem Original, so wie man es kennt. Es gibt ein paar Änderungen, was die Reihenfolge angeht, vielleicht von ein paar Situationen. Aber im Großen und Ganzen besteht die Story aus Start in Kalm bis hin zur Stadt oder vergessenen Stadt des alten Volkes. Ancient City heißt das, glaube ich, im Englischen, die alte Stadt von den Cetra. Also da, wo quasi im Original Aerith getötet wird vom guten Sephiroth. Genau, das ist so der Ablauf. Und es läuft ziemlich so, wie man es kennt. Also da waren jetzt keine super mega Überraschungen drin. Also klar, sie haben an einigen Stellen was Neues eingebaut. Aber, ja, man wusste halt, was kommt. Wo es wirklich erst interessant wird in der Story ist das Ende. Also, wenn wir dann auch wirklich in der Stadt des vergessenen Volkes oder in der vergessenen Stadt des alten Volkes irgendwie so... Ich habe den deutschen Namen nicht so richtig parat. Ancient City. Bleiben wir da, weil machen wir es Englisch. Vergessene Stadt. Gut. Dankeschön. Genau da ist so, oder auch schon kurz vorher, da fängt es dann an, dass da die Story ein bisschen, ich sag mal, aufgeweicht wird. Und wo diese neuen Elemente oder das eine große neue Element zum Tragen kommt. Wir befinden uns jetzt hier in einem Multiversum. Es gibt nicht mehr dieser einen Hauptstrang. Es gibt parallel noch andere Stränge. So wie ich das für mich verstanden habe, ist dafür die Ausgangslage in Remake geschaffen worden, weil wir haben uns ja gegen das Schicksal gestellt. Ganz zum Ende. Ja, so ein riesen Happening, was die Entscheidung angeht, das Schicksal angeht, haben sich halt diese Multiversen gebildet. Wo zum Beispiel auch ein Zack überlebt hat und Cloud und Aerith ohnmächtig da rumkummern die ganze Zeit und Zack da halt so ein bisschen Sachen macht. Das war auch sehr unspektakulär. Zwischendurch spielt man mal Zack in seiner Parallelwelt, aber da passiert nichts wirklich Spektakuläres. Da ist Lange bis auf, jetzt war das Biggs, ich glaube bis auf Biggs ausgelöscht, existiert nicht mehr. Und Zack sucht dann Biggs so auf. Und Marlene ist bei Aeriths Ziehmutter untergekommen und er shakert so ein bisschen mit Marlene rum. Cloud und Aerith schlafen halt die ganze Zeit. Biggs oder wie ich ihn nenne, Charlie Sheen aus Hot Shots. Das stimmt, da sind tatsächlich ein bisschen Ähnlichkeit drin, jetzt wo du es sagst. Genau, aber auch das unspektakulär so, ja, man sieht oben so einen Riss am Himmel. So einen gelblich-golden-leuchten Riss am Himmel und alle sagen, die Welt geht unter. Ja, das ist so das Multiversum von Zack. Aber wie es sich dann herausstellt, ist das nur ein Multiversum. Da wäre ich mal natürlich nicht das Ende dann, jetzt gehe ich gleich hier komplett aufs Ende, aber das Ende ist halt auch wirklich das Interessanteste vom Spiel. Weil davor die Story, wie gesagt, hat halt nicht viel Neues gemacht und hat nicht viel Neues eingeführt. Deshalb schieße ich mich jetzt einfach mal ein bisschen aufs Ende ein und gehe, erzähle darüber. Weil da ist dann so in einer Sequenz erklärt, ihm erklärt Sephiroth Cloud auch nochmal, was passiert ist. Ja, es haben sich Multiversen gebildet und mit jeder großen Entscheidung oder entscheidungsträchtigen Entscheidung, das klingt irgendwie richtig blöd, aber ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, bilden sich weitere Multiversen, also immer wieder neue Universen. Weil allein am Ende bekommen wir, glaube ich, drei oder vier weitere Universen gezeigt. Das ist immer ganz gut daran zu erkennen, welche Hunderasse das Maskottchen ist. Der Stamp. Weiß der Stamp? Ich glaube schon, oder? Ja, ich bin mir eigentlich sicher. Und zwar in der... Oh ja, hier, ihr habt die Fachbegriffe drauf, jawohl. Und zwar in unserer Welt, in unserer Hauptstory-Welt, ich sage ja mal unsere Main-Welt, in der wir uns bewegen, da ist es ein Beagle, wenn ich die Hunderasse richtig gedeutet habe. So, zum Ende von Remake haben wir ja diese Schippstüte mit Stamp vorbeifliegen sehen und da war es ein Terrier oder so Yorkshire-Terrier-mäßig so in die Richtung. So, und das ist eigentlich so auch die Welt, in der wir, oder das Parallel-Universum, in dem wir Zack begleiten, während, also mit seiner coolen, spannenden Story da. Dann sieht man noch eine mit einem Mobs. Da ist Stamp ein Mobs. Da hat sich zum Beispiel, da hat sich ja Cloud dafür entschieden, Biggs nachzugehen, der ja den Reaktor sprengen wollte. Davor hat man aber auch mal nochmal eine Sequenz gesehen, wo er sagt, okay, ich fahre zu Hojo, um Cloud zu retten. Und während er ja da diesen Weg genommen hat, hat man diesen Lichtstrahl gesehen aus dem anderen Tunnel, was ja für mich bedeutet, mit seiner Entscheidung hat er wieder für ein neues Universum gesorgt. Meine Interpretation, ob das stimmt, keine Ahnung, aber so habe ich das verstanden. Dann hat man ja noch, dann ist man ja mit Aerith auch nochmal in einem Universum für sich. Das ist ja auch nochmal ein eigenes gewesen. Da war die, da war es auch, die Hunderasse war glaube ich ein Spitz oder so. Also es war auch nochmal ein anderer Stamp, wo Aerith ja Cloud die weiße Materia gibt, die Holy Materia. Weil das war, das ist so das einzig Spannende, dass die Holy Materia von Aerith in der Main-Welt durchsichtig ist. Also die war, hat ihre Kraft verloren. Deshalb musste irgendwie mal wieder diese, diese richtige Holy Materia musste in diese Main-Welt kommen. Und das hat Aerith dann da, Zack, überreicht. Und diese Aerith war auch ziemlich komisch drauf, fand ich. Also, sie hat so rumgeschäkert und sie wusste auch über ihr Schicksal Bescheid. Also gerade, wie sie am Ende zu Cloud gesagt hat, mach dir keine Vorwürfe, du kannst nichts dafür. Du kannst es nicht ändern oder so. Sie hat ihnen jedenfalls ins Gewissen geredet, ey, egal was passiert, du kannst nichts dafür. Also wusste sie ja schon, dass sie stirbt. Mit der Tiefe am Ende so leid, wie sie immer im, saß und so am Weinen war. Ja, da ist mir auch ein bisschen das, da ist mir das Herz auch sehr gebrochen, wenn ich Tiefe habe Leiden sehen. Oder alle haben sie ja so gelitten, außer Cloud. Und so kam dann, kommt jetzt diese Holy Materia oder ist die Holy Materia wieder in der Maiden gelandet. Das habe ich auch vorher gecallt. Als ich mit dem lieben Amiko privat gesprochen habe, nach unserem kleinen Podcast, habe ich zu ihm gesagt, ey, diese Universen werden sich irgendwie überkreuzen, weil da ist so eine Sache, die muss wieder zurechtgerückt werden. Und damit habe ich halt diese Holy Materia gemeint. Ich hätte gedacht, dass Zack die vorbeibringt, aber naja, dann ist es halt so passiert. Aber ich habe es ein bisschen, ich habe es geahnt. Auch wenn ich es nur im Stillen gesagt habe. Und jedenfalls haben wir auch am Ende diese legendäre Szene, wo Sephiroth Aerith umbringen möchte, wo er von oben runtergesegelt kommt mit seinem Katana und einmal Rinder durch die Brust. Da gibt es auch einen wichtigen Moment. Und zwar sieht man, wie Cloud es schafft, diesen Schlag abzuwehren. Heißt also, es muss sich noch ein Universum abgespalten haben, wo eine Aerith lebt, überlebt. In unserer Main-Universum-Welt ist Aerith gestorben. Da hat er es nicht geschafft. Deswegen trauern alle. Aber für Cloud lebt Aerith weiter, weil am Ende kann er sie immer noch sehen. Also für ihn ist sie nicht tot. Das ist auch noch die Frage. Was hat es damit auf sich? Wird darauf noch weiter eingegangen? Schwierig. Da hat Cloud auch gut geweint. Aber ja, sie rennt gerne um ihn herum. Schwierig. Schwierig zu sagen. Also ich bin der Meinung, was heißt das für die Zukunft? Die ganzen Multiversen, die sie uns gezeigt haben, sind irrelevant. Es gibt ein relevantes Parallel-Universum und das ist das mit dem Yorkshire Terrier als Stamp, wo Zack die ganze Zeit, wo wir Zack auch begleitet haben. Wo Aerith und Cloud geschlafen haben. Ich glaube, darauf fokussiert sich das beziehungsweise wird es sich auf zwei Universen fokussieren. Einmal unser Main-Universum, wo wir uns schon die ganze Zeit drin bewegen, wo Aerith jetzt auch tot ist, aber Cloud sie trotzdem sieht. Und dann halt ein Parallel-Universum mit Zack. Es kommt ja auch kurzzeitig zum Zusammenschluss, weil die Universen sich überlappen. Cloud kämpfen Seite an Seite gegen Savi-Rod irgendwo im Dimensionsriss. Und dann teilt Savi-Rod wieder die Universen und Zack stürzt wieder in sein altes oder vielleicht auch ein neues Universum zurück. Auf jeden Fall werden die wieder getrennt nach kurzer Zeit. Zack und Cloud im gemeinsamen Kampf war episch. 100 Prozent. Komme ich gleich auch nochmal zu. Komme ich gleich auch nochmal zu. Ansonsten, ja, das war so eine spektakulärste Story mäßig, was da passiert ist. Ich habe da auch auf Reddit eine schöne Übersicht gesehen, die ganzen Universen mal dargestellt, anhand der Hunde, wie viele es sind und was dort passiert. Und da wird auch davon ausgegangen, dass es eine über Aerith gibt, also eine Aerith, die über alle anderen Aerith steht, um das mal vielleicht ein bisschen blöd auszudrücken, die aber im Lehmstrom gegen Savi-Rod kämpft. Und deswegen, also diese Aerith, die uns da die weiße Materie gegeben hat, die kann wohl in die Körper von den anderen Aerith rein und hat es dann da so dafür gesorgt, dass in die Main-Welt, in das Main-Universum, die weiße Materie ja wieder zurückkommt. Warum Cloud jetzt noch eine Aerith sieht? Keine Ahnung. Vielleicht ist das einfach so eine Einbildung, die er hat. Oder er kann ja auch jetzt diesen Dimensionsriss sehen am Himmel, den die anderen nicht sehen. Also vielleicht hat das noch so die Bewandtnis, dass er dann auch irgendwie andere Universen sehen kann und zwischen den Universen switchen kann. Was weiß ich, was da noch kommt. Ich bin gespannt, was sie dann mit dem dritten Teil auf die Beine stellen. Ich würde ja vermuten, dass der dritte Teil Reunion heißt, weil darauf läuft es ja alles hinaus. Weil auch Savi-Rod strebt ja die große Reunion an und in dem Fall ist es halt, alle Universen zu vereinen beziehungsweise diese Multiversen zu vernichten mit der schwarzen Materie, dem Meteor zu beschwören. Und damit würde er ja alles kaputt machen und über die Unendlichkeit herrschen. Gottgleich. So habe ich das verstanden. Vielleicht liege ich damit komplett falsch. Muss dazu auch immer sagen, ich bin nicht der größte FF7-Crack, wie vielleicht manch anderer, was die Lore und das Ganze drumherum angeht. stecke ich nicht ganz so drin, aber der ein oder andere wird da vielleicht noch mehr Details gesehen haben. Das erstmal so zur Story, was das Interessanteste war. Also wirklich die letzten Stunden im Spiel sind die interessantesten. Davor ist die Story sehr linear, wie man sie kennt. Also es gibt nicht viel Neues. So, das möchte ich damit sagen. Es gibt nicht so viel Neues zu entdecken. Das mit Cloud hat mich ein bisschen an Shadowbringers erinnert, weil ja irgendwie die Cloud-Seele aus dem Zag-Universum ist ja irgendwie in den Main-Cloud rein. Und in Shadowbringers, Achtung, Spoiler, verschmelzt man ja den Ur-Geratier mit dem Shadowbringer. Ja, sowas in die Richtung ist es ja. Aber ich bin gespannt, wo das hinführt. Wo sie das noch, wie sie das weiterführen. Jetzt geht es ja dann nach Norden. Und Cloud hat immer noch die schwarze Materia. Ja, wir wissen, dass er schwarze Materia, Sephiroth, übergeben wird. Man weiß ja auch, der Sephiroth, den man da sieht, ist ja meistens nicht der, oder es wird nicht der echte Sephiroth sein. Das ist, glaube ich, immer Genovas Tor, so bin ich mich recht erinnert aus dem Original. Der echte Sephiroth schlummert ja Genorn. Und das hat ja Cloud auch am Ende gesagt. Er möchte Genorn aus Instinkt. Und man weiß ja, die Genova-Zellen in seinem Körper wollen die Reunion, die wollen sich wieder zusammensetzen. Also ist es klar, er fühlt sich zu Sephiroth hingezogen, weil der kann Genova manipulieren. So würde ich das sehen. Ist ja nur Genova, die alte Parasitin. Kommen wir zu den wirklich wichtigen Dingen Date und Nanaki. Mal gucken, wie wir das jetzt sinnvoll einbauen. Genau, Cloud handelt so wie die Schwarzkoden. Und die haben ja auch alle Genova-Zellen bekommen. Sind ja auch alles Experimente. Die streben halt die Reunion an, weil Sephiroth die rufen kann. Also Sephiroth manipuliert ja Genova, so wie ich das erstehe, und macht sich die Eigenschaften zum eigenen Nutzen. So, wer war mein Date? Mein Date war natürlich tiefer, aber ganz unbewusst. Aber scheinbar hatte ich einfach den besten Draht zu ihr und hatte ein sehr schönes Date mit Tiefer. Und da muss ich auch dazu sagen, die Date-Sequenz im Gold Saucer heißt das Theaterstück. Ich glaube, Loveless ist das, was man sich anguckt. Am Anfang ist ja erst mal so ein bisschen Ballett tanzen mit Operngesang, wo auch Jesse tanzt. Als Hologramm eben. Und dann geht's halt los mit, dass so ein kleines Theaterstück da aufgeführt wird, wo man gegen Barrett und Nanaki kämpft, zusammen mit Cloud. Und jeweils das Date, bei mir war es tiefer dann eben als Göttin. Das muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, diese Sequenz, wo ich für mich auch gesagt habe, das ist Peak Final Fantasy, wie das inszeniert ist musikalisch. Ich fand's ein bisschen schade, dass man daraus ein Minispiel gemacht hat, dass ich da Knöpfe drücken muss, weil ich hätte das schon gerne ein bisschen mehr genossen. So war ich mehr darauf fixiert, das halt perfekt zu machen oder eine Möglichkeit so perfekt wie möglich, Knöpfe richtig zu drücken zum richtigen Zeitpunkt. Aber musikalisch und die Geschichte, wie sie da erzählt wird und diese Action-Sequenzen im Theaterkampf. Peak Final Fantasy. Dann kommt noch Aerith auf die Bühne und singt quasi ihr Solo. Mensch, wie geht denn das Lied? Ich wollte es jetzt anstürmen. So. Sofort einer meiner Lieblingssongs. Absolutes geiles Ding. Was Uematsu hat das, glaube ich, geschrieben. Da hat er wieder einen richtigen Banger rausgehauen. Absolutes Krass. Wie ich gerade schon gesagt habe, Peak Final Fantasy. Da hatte ich Pippi in den Augen. Da sind meine Augen feucht geworden. So der geile Typ, aber sowas von. Der hat es wieder geschafft, dass ich feuchte Augen bekommen habe. Ein super toller Song. Cool performt. Wie Aerith da auf der Bühne steht und die anderen stehen daneben und wissen auch um die Bedeutung des Songs. Und dann Cloud und Tifa halten Händchen dabei. Wer da keine feuchten Augen bekommt, der muss ein Roboter sein oder ein herzloser kleiner Lump. Ja, das war eine wunderschöne Szene. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und danach geht es natürlich gleich in eine romantische Gondelfahrt mit Tifa, mit dem Feuerwerk, was auch schön inszeniert war. Und dann kommt es zum Küsschen der beiden. Hallen sie sich um den Hals und schlabbern da ein bisschen rum. Und wenn sie aus der Gondel steigen, ist das ihnen peinlich. Ja, ein bisschen peinlich, aber das ist wie Teenie-Liebe. Die erste Liebe, frisch verliebt, so den ersten Kuss gehabt. Ey, da haben wir uns doch alle ein bisschen geschämt, oder? Würde ich mal meinen. Wenn ich an mein erstes Mal rummachen, denke auf ein Date, hatte ich Schweißausbrüche danach. Hätte ich mich im Grund und Boden geschämt. Und dann erst bei den Jungs erst mal wieder auf dicke Hose gemacht. Hab mit der rumgemacht. So, war voll geil. So nach dem Motto. Aber Cloud ist ja nicht so. Cloud ist ja ganz abgeklärt, was das angeht. Das war für mich eine der besten Szenen im ganzen Spiel. Diese Sequenz, diese Date-Sequenz, voran eben das Theaterstück. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, kommen wir mal. Ich, wenn wir schon mal dabei sind, bei Sachen, die mir gut gefallen haben, dann mache ich gleich damit weiter, bevor ich mal so ein paar Kritikpunkte anspreche. Was hat mir noch gut gefallen? Ich sage mal, der Soundtrack generell ist eine 10 von 10. Ähm, muss man, muss man nichts vormachen. Das ist, äh, ein richtig starker Soundtrack. FF7 an sich hat, also Original FF7 hat einen starken Soundtrack. Der wurde jetzt noch mal ins Moderne übertragen. Und es gibt einen sehr breiten Mix an verschiedenen Stilrichtungen. Einige, äh, Themes sind auch sehr, sehr stark neu interpretiert. Also man hat, man hat Rock, man hat Elektro, man hat Jazz, man hat Countrymusik, man hat irgendwie ruhige, seichte Sachen. Ja, also glaube ich, jede Stilrichtung ist da irgendwie vertreten. Und es hat einen sehr guten Mix gefunden. Also ich fand die Musik keinesfalls langweilig, zu keinem Zeitpunkt. Und ich fand sie sehr abwechslungsreich. Man verbringt ja doch viel Zeit. Und es wird nicht langweilig von der Musik her, ne? Also man hört seltener was doppelt. Jede Region hat auch so ihr eigenes Theme, was auch immer sehr gut gepasst hat. Und, äh, die Stimmung gut eingefangen hat und, äh, das ganze Szenario gut untermalt hat. Ja, also ich fand die Musik auch nie zu aufdringlich. Es war eine sehr gute Mischung. War Loveless nicht sogar eigentlich FF3 oder so? Gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Ich hab schon mal überlegt, ob ich mich hierher setze, weil ich hatte ja damals Deutschleistungskurs, dass man sich einfach mal Loveless anguckt und, äh, hier eine Live-On-Stream eine kleine Gedichtsinterpretation macht. Was sich dahinter verbergen könnte. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich da noch geübt für bin. Ich dran denke damals beim OG, als ich das erste Mal One-Winged Angel gehört habe. Wow. Es ist immer noch Wow. Auch als das, ähm, im Finale kam, hat man sofort abgeholt. War sofort wieder, also es dann Bam, Bam. Ist doch einfach nur, da, 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 da. Man wusste ganz genau im Moment, weil die, die Endsequenz ist auch wirklich krank. So, das kommt ja Bossstufe auf Bossstufe auf Bossstufe und dann auf einmal stehst du Sephiroth gegenüber irgendwo im Nichts zusammen mit Aerith und dann geht's los und du weißt ganz genau Final Moment, jetzt ist wirklich End, 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 Endboss der letzte Kampf gegen Sephiroth und danach, dann Ah, Gänsehaut, einfach Gänsehaut gehabt. Remake, Rebirth, OG und Advent Schilden, die OSTs sind einfach der Hammer, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da sie die, die einzelnen Songs auch immer wieder neu interpretieren, wird's auch nicht langweilig, Alter. Es ist einfach super, einfach super Musik. Haben sie wirklich gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wer es war. Wer hat denn, wer hat denn da die Musik gemischt? Aber von, von 12 oder 13 hat er mitgemischt, auch die Songs, dass die das, äh, so mit neu aufgelegt haben. Ja, aber auf jeden Fall halt wunderbar, wunderbare Musik. Dass sie es schaffen, die Songs immer wieder neu zu interpretieren, ohne dass man sich langweilt, ist der Hammer. Das ist es ja. Das wundert mich auch immer. Und man freut sich halt immer, wenn man dieses, so ein bekanntes Theme hört. Zum Beispiel das Fight Theme aus, aus FF7 oder das Boss Theme, wenn das dann wieder auf, aufklingt. Ne, man hört es ganz genau raus. Es ist halt dieses Elte, was man kennt, so, ah, dieses heimische, ja, aber wieder in einem komplett neuen Gewand. Das ist für dich auch Neues. und das finde ich so faszinierend und gleichzeitig immer so verwirrend. Es fühlt sich heimisch wohl an, so vertraut, ist aber komplett neu. Man erlebt es komplett neu. Und so kann ich eigentlich auch das ganze Spiel recht gut beschreiben. Es ist irgendwie wie nach Hause kommen. Es ist sehr heimisch und trotzdem es ist was komplett Neues. Was komplett Neues und man, man wusste ja nicht, wie geht's aus, was machen die jetzt noch, was passiert Wahnsinniges. Was machen sie neu, was haben sie beibehalten. Und das hat einfach diesen Reiz ausgemacht, die Story voranzutreiben und diese Story zu erleben. Und das finde ich einfach genial. Das haben sie sehr, sehr gut umgesetzt. Diese bekannte Story in ein neues Gewand zu packen, sodass man auch als alter Hase, ich hab's nicht so oft gespielt wie manch anderer gegen den Siemer, aber trotzdem, ja, es ist nach Hause kommen. Und gleichzeitig was Neues und das, dafür zieh ich meinen Hut, das haben sie echt, echt gut gemacht. Respekt dafür. Es gibt in FM-14 ja die Nier-Raids und selbst da kriegen sie es hin, FF und Nier-Musik miteinander zu kombinieren zu etwas Großartiges und das stimmt. Ist einer meiner Lieblings-Raids, auch wenn ich da sehr viel auf die Fresse bekommen habe, aber es ist ein sehr, sehr guter Raid, vor allem von Musik und Kampf her. Dann, die Welt haben sie super umgesetzt. Sich, die Welt an sich, also die Gebiete sind abwechslungsreich, die haben Spaß gemacht zu erkunden, jetzt auf einmal dieser großen Welt aus 3D zu sein, was man vorher aber nur aus dieser Top-Down-Perspektive gesehen hat, auch die Städte zu erkunden. Jede Stadt hat mir gut gefallen, sei es Calm, sei es der Gold-Saucer, sei es das untere Junon, Junon an sich, Gongaga, Cosmo Canyon, Cosmo Canyon, also ich bitte euch, was ist denn mit Cosmo Canyon los gewesen? Das war ja, oh, das sah ja fantastisch aus. Wenn man hoch zur Sternwarte läuft und du hast dieses Panorama über den Canyon, da habe ich mir gedacht, heiliger Bim Bam, da will ich Urlaub machen, da will ich sofort einchecken und Urlaub machen. Das sah ja, mit so Sonnenuntergangsstimmung, das sah ja, das war fantastisch. Mit der Musik dazu, die geile Cosmo Canyon Musik, das ist mir ja, mit dem Herz aus der Brust gesprungen fast. Das war, das war eigentlich, glaube ich, würde ich sagen, mein Lieblingsort, Cosmo Canyon. Und wie du sagst, die neue Art der Giehöhle war auch krass. Die Musik in der Giehöhle war richtig krass auch. Das war auch super, da hat mega viel Spaß gemacht, das zu erleben. Ich muss gleich Herz flattern, muss ich ein bisschen ruhiger machen. Und Nanaki, da kommen wir gleich zu, wenn es an die Kreditpunkte geht. Der arme Nanaki. Ja, also, die Welt haben sie gut umgesetzt, wirklich, also, die ist lebendig. Auch die, die Dörfer, wenn die Menschen sich unterhalten, rumbrabbeln, sich über das aktuelle Geschehen unterhalten. Das ist, das, die Welt an sich, das ist so, wie man sich's damals vorgestellt hat, ne? So hab ich mir das vorgestellt, in meiner Fantasie, dass das mal so aussieht und dass man das jetzt nochmal so spielen kann, in dieser 3D-Umgebung, mit dieser doch recht guten Grafik. Das, das ist ne feine Sache. Wir kommen gleich zum Nanaki, wir kommen gleich zum Nanaki, wir bauen Spannung auf, ich muss beim Positiven erstmal bleiben. Ansonsten das Positive, es gibt viel zu tun in der Welt, es gibt sehr, sehr viel zu tun in der Welt, angefangen, spezielle Bosskämpfe, äh, nicht spezielle Bosskämpfe, spezielle Monsterkämpfe, von so Spezialarten, man kann Sendetürme erklimmen und damit eben sowas in der Region freischalten, was da grad so ist. Es gibt, was gibt's, ich hab schon alles vergessen wieder, man kann, äh, Bestieraltare, kann man auf, ausfindig machen, um seine Bestier, Espa-Materia zu stärken. Es gibt, eine kleine Schatzsuche mit dem Chocobo, kann man machen, kleine Schätze suchen, oder auch für sein Synthesegerät, man kann so Gegenstände synthetisieren, aus Rohstoffen, die man sammelt, äh, kann man neue Rezepturen finden, man kann, es gibt so, ähm, ja, Weltbericht, so eine Chatley Sidequest hat jedes Gebiet, wo man eben ein Artefakt sucht, Artefakt Quest, das gibt's für jedes Gebiet, dann Lebensquellen, sind das Lebensquellen, die kann man scannen, um halt neue, äh, Informationen über die Gebiete zu bekommen, äh, hab ich was vergessen? Es gibt die Moogles, man kann die Moogles besuchen, an jedem Standort haben die so ein kleines Häuschen, man kann, äh, Obo-Bushaltestellen wieder aufbauen, also aufrichten für die Schnellreise, da kriegt man goldene Federn, die kann man wieder eintauschen, da hab ich irgendwas vergessen, was man noch machen kann, Sidequests an sich gibt's sowieso, die man annehmen kann in den Städten, und, äh, bis, was ich so an Sidequests gemacht habe, waren die auch gar nicht mal so kacke, so, äh, hat sich doch gelohnt, man kann mit einem Segway Costa der Soul verwüsten, auf jeden Fall, das ist auch ein geiles Feature, sich einfach auf so ein Segway zu stellen, und da rumzurasen, herrlich, und passt auch perfekt in Costa del Sol rein, ist auch ein Ort, den man sehr schön eingefangen hat, ja, das kann man nebenbei machen, und es gibt halt zig Minispiele, die man nebenbei machen kann, man hat, äh, ein Kartenspiel, Blood Queens, Blutkönigin, heißt das, glaube, ne, irgendwie, ach, ich hab, ich und meine Namen, dass ich mir einen Namen merken muss, auf jeden Fall ein Kartenspiel, was schön taktischen Tiefgang mit sich bringt, wo man, äh, wirklich Zeit reinstecken kann, sein Queens Blood, so ist es, nicht Blood Queens, sondern Queens Blood, da kann man halt, äh, viel Zeit reinstecken, sich ein Deck zu bauen, und gegen andere zu spielen, plus dieses Kartenspiel hat seine eigene Backstory, die ich noch nicht komplett aufgedeckt habe, aber selbst dieses Kartenspiel hat eine eigene Geschichte, wenn man das fortführt, das, 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 das ist schon, finde ich Wahnsinn, man kann Chocobo-Spiele machen, vor allem im Goldsauce kann man Chocobo-Rennen machen, bis zum Abwinken, muss ich auch noch machen, hab ich noch nicht angefangen, man kann, äh, man hat eine Art Rocket League hatte man drin, mit Nanaki, wo man eben gegen andere Hunde und Tiere spielt, und Tore schießen muss, mit so einem riesigen Bellen, Red darfst du nicht mitspielen, weil Tiere nicht zugelassen sind, ja, der armste, ansonsten, was gibt's noch für Minispiele, ja, zum einen diese kleine Schatzsuche, mit dem Chocobo kann man machen, in Cosmo Canyon kann man mit dem Chocobo Flugparcours machen, was ich auch sehr anspruchsvoll fand, ja, jeder Chocobo hat auch so seine Eigenheiten pro Gebiet, also die haben sich schon ordentlich was einfallen lassen, im Goldsauce gibt's Spiele All Must, in Costa del Sol gibt's Minispiele All Must, und da komme ich dann auch zum Kritikpunkt, das waren mit zwischendrin zu viele Minispiele, und zu viele Minispiele wurden mir aufgezwungen, hatte ich das Gefühl, vor allem in Costa del Sol, da muss man schon sehr viele Minispiele machen, das hat mich gebrochen, zwischenzeitlich, wo ich mir dachte, alter Leute, ich kann nicht mehr, lasst mich mit eurem Minispielen ruhe, weil ich auch das Problem habe, ich bin so ein kleiner Perfektionist, ich möchte alles auf höchster Stufe haben, und ich möchte das beste Item dafür bekommen, was es zu holen gibt, aber ich krieg's nicht hin, weil ich spielerisch einfach mal zu blöd bin, und dann sitz ich da eine halbe Stunde, und versuch, diesen Bums irgendwie zu schaffen, und ich krieg's nicht hin, und dann wäre es das ein oder andere Mal, weil ich so mad war, der Controller fast in den Fernseher geflogen, oder ich hätte irgendwas kaputt schlagen können, und das Gemeine finde ich auch, dass hinter einigen Minispielen Waffen versteckt sind, auch gute Waffen, wie ich jetzt festgestellt habe, mit geilen Fähigkeiten, und die will ich noch haben, das macht mich mad, deswegen habe ich irgendwann so einen Hass auf diese Minispiele geschoben, zu viele Minispiele, wo ich mir dachte, ey Leute, es reicht, weil auch in jedem, gefühlt in jedem kleinen Pups, wurde irgendwie ein Minispiel eingebaut, ich weiß, in Gongaga gibt's eine Sidequest, wo ich Pilze sammeln muss, ich muss einfach nur Pilze sammeln, aber um diese Pilze zu pflücken, muss ich ein Minispiel machen, die haben das Pilzepflücken in so ein Minispiel gepackt, wo ich, ich bin weit wahnsinnig geworden, ich will noch diese Kackpilze ernten, hört auf, jetzt ein Minispiel daraus zu machen, und das war halt echt, wo ich, wo ich ein bisschen mad geworden bin, und dachte, ey, es reicht mit euren Minispielen, macht's doch wenigstens optional, und nicht, dass ich so viel machen muss, das fand ich ein bisschen doof, das hat mir nicht gefallen, das hat mir ganz und gar nicht gefallen, ich werde diese Minispiele trotzdem angehen, natürlich, weil, hab ich noch Bock drauf, mich noch weiter aufzuregen, und ins Kissen zu schreien, ich musste in Remake lernen, dass ich es nicht immer schaffe, und mich deswegen nicht aufregen soll, Körper macht das halt nicht mit, mit Reflexen und so, ja, da sag ich auch, meine Reflexe, ich bin alt geworden, aber ich reg mich da trotzdem drüber auf, weil ich eben dieser kleine Perfektionist bin, und ich könnte da Stunden rein investieren, um das halt hoch zu bekommen, auf eine höhere Stufe, um auf die beste Stufe zu schaffen, und was mich komplett gebrochen hat, was mich wirklich absolut gebrochen hat, ist dieses Klavierspielen, als ich das erste Mal Klavier gespielt habe, weil ich Klavier spielen musste, in Costa del Sol, Tifa's Theme, ich hab mir gedacht, aus der Hölle, da hab ich einen Nervenzusammenbruch gekriegt, und da hab ich gesagt, okay, ich mach das Ding hier nicht auf perfekt, das hat mich ja, also das, das war der Bruch, das war der Bruchbruch, der Bruch vom Bruch, das ist ja das Nächste, es gibt so viele YouTube-Videos, mit den verschiedensten Liedern, und alle hauen da so mega geile Songs raus, was die da nachspielen, und ich bin so maßlos überfordert gewesen, mit dieser Koordination, dass, wenn da mehrere Kombinationen kommen, mit Rechts-Links-Koordination, dann steht da 50 Mal verspielt, und ich denk mir so, nur reinhauen will ich da, aber ich bin ja schuld, das ist ja meine eigene Dummheit, dass ich das nicht hinbekomme, ich bin doch allein an dem schuld, weil ich unfähig bin, weil ich alt geworden bin, und nicht mehr 20 bin, und nicht mehr so geil zocken kann, wie im jungen Jahren, bin halt richtig alt, und eingerostet, und das zeigt mir dieses Spiel, es zeigt's mir, es führt mich vor, und es lacht mich aus, und das macht mich wütend, ich nehm das halt richtig persönlich, dass ich so schlecht geworden bin, über die Jahre, weil ich alt bin, also da bin ich gar nicht so alt, aber ich bin halt alt geworden, ich kann mit so einem 20-Jährigen, ich nicht mehr mithalten, das dazu, und da komme ich auch zum nächsten, auch das Kampfsystem, es ist weitestgehend gut umgesetzt, es macht Spaß, aber hier, MC Rentner, mit seinen Reflexen, kriegt auch das Kampfsystem nicht mehr hin, ich hab's auf Normal gespielt, ich bin sehr weit gekommen, mit Normal, mit einigen Fluchen zwischendurch, ähm, ja, es erfordert dann doch auch schon mal Reflexe, und, ähm, Ausweichen hat bei mir irgendwie nie funktioniert richtig, die haben mich trotzdem immer getroffen, keine Ahnung warum, und ich hab halt Probleme mit Tasten, Kombinationen irgendwie zu merken, ja, aber trotzdem, es ist traurig, dass man's nicht mehr hin so bekommt, mich macht's sehr traurig, ansonsten ja auch das Kampfsystem, ja, ist gut umgesetzt, es macht Spaß, es fels, es ist Action geladen, im Großen und Ganzen finde ich's gut, ich find's gut mit der Neuerung, mit den Synchro-Attacken, die sehen schön aus, sind so gute Tag-Team-Finishing-Moves, die scheppern ordentlich rein, das knallt ordentlich, ist so ein kleines Spektakel, dann gibt's noch die Synchro-Angriffe, die man jederzeit rausfeuern kann, die sind auch ganz nützlich, ich hab sie erst recht spät entdeckt für mich, dass da doch einiges, äh, ganz Nützliches dabei ist, und, äh, sind dann auch zum Ende hin ein bisschen mehr genutzt, also auch schon, äh, eine coole Sache, eine coole Erneuerung, die sie damit eingebaut haben, was sie weglassen hätten können, ist dieses, äh, dieses Bruchsystem, wo man sich Skills aneignet, das ist nicht eine richtige Verschwendung, also, ja, man kann seine Stats aufbessern, man konnte neue Fertigkeiten hier, also Synchro-Fertigkeiten und Attacken erlernen, aber mein Gott, hätte man sich auch sparen können, das, da fand ich das System in Remake, wo man es über die Waffen gemacht hat, besser. Das war ziemlich, ja, langweilig, so, mit so irgendwelchen komischen Büchern, jeder hat sein eigenes Buch und kann jetzt darüber Fähigkeiten erlernen, mein Gott, kann man, kann man, äh, sein lassen. Ansonsten, ja, Kampfsystem, man musste auch mal viel, fand ich, Gegner studieren, man muss Gegner mal, man muss mal ein paar Mal auf die Fresse bekommen bei einem Gegner, um zu verstehen, okay, dann muss ich das und das machen. Ja, ich hab mich so ein bisschen wieder da zurückerinnert, Taktiken herauszufinden, ne, wie kann ich den Gegner bestmöglich angehen, wann greife ich ihn an richtig, wann mache ich welchen Spell, auch ein bisschen Muster lesen, um halt, ähm, ja, dann immer das Richtige zu machen. Für mich ist ein Paradebeispiel, der Kampf gegen Rufus, so wie er auch schon im Remake war, eins gegen eins gegen Rufus, den musst du halt lesen, ne, und dann, äh, schön blocken und sobald der nachlädt, musst du eine Attacke setzen oder ansonsten ausweichen, blocken. Da hab ich den in der ersten Runde ziemlich auf den Sack bekommen, konnte ihn dann aber, in der zweiten Runde hab ich ihn dann schon sehr gut drin gehabt, also, das zu lesen, was er macht und wann ich was, und wann ich was machen muss, so das, ähm, ja, macht Spaß, ich will's nicht mit, äh, nicht mit Dark Souls vergleichen, ne, also, ich bin kein Fan davon, irgendwie, stundenlang, und welche Muster vom Gegner zu lernen, so krass ist es jetzt nicht in Rebirth, aber es hat schon so ein bisschen was davon, dass man sich, ähm, seine Gegner angucken muss, was sie machen, was für Fähigkeiten sie haben und wann kann ich ihn in, in diesen Status schockanfällig bekommen und, ähm, wie krieg ich ihn am besten im Schock. Klassisches Beispiel ist auch der Kampf gegen die Turks, da muss man ja auch, ähm, ja, die Gegner lesen halt, ne, mit ihren Angriffen. Ist eine feine Sache, kann man machen, muss man nicht machen, aber, ey, ich hab's trotzdem auf normal geschafft. Außer zum Finale hab ich dann einfach auf einfach gestellt, einfach auf einfach gestellt, weil ich mir gedacht hab, ey, ich will mich hier nicht ärgern, ich will das Finale jetzt hier komplett in Ruhe genießen und hab die Kämpfe auf einfach gemacht, damit ich mich auf alles konzentrieren kann. Lieber Amiko sagt, mit Yuffi ist es einfach insane, einfach alles. Ich muss ehrlich sagen, erstmal Grüße Amiko, schön, dass du da bist. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit Yuffi noch nicht so ganz warm geworden, also ich muss ihren Stil nochmal, äh, lernen, mit ihr richtig zu kämpfen. Die ging mir nicht auf den Keks, war der beste Character im Spiel. Ich habe sehr viel gelacht mit ihr. Ich finde, im Englischen ist sie richtig gut synchronisiert, da kommt ihre Persönlichkeit richtig gut raus und war ein sehr, sehr charmanter Charakter in der Gruppe. Wen ich richtig Useless fand und, ähm, den ich auch nicht gebraucht hätte, wäre Ki-Ziv. Ich habe nur einmal mit ihm gespielt und zwar dann, wenn mich die Story dazu gezwungen hat in der Shinra-Villa. Ansonsten habe ich diesen Typen oder dieses Vieh einfach mal links liegen gelassen, weil mich das null interessiert hat. Die kann eben jedes Element mit Magie spammen und physisch angreifen, das ist richtig. Und dann hat sie noch die Doppelgängerfähigkeit, wo sie alles halt doppelt macht, ne? Wo der Doppelgänger alles nachmacht und das ist dann schon insane gut gewesen. So in deiner Main-Gruppe. Nee, für mich, ach, weiß ich nicht, ich mag den Charakter auch nicht so, muss ich ehrlich sagen. Deswegen habe ich ihn draußen gelassen. Da spiele ich lieber mit meiner Tifa und, äh, Rahmenfederchen ins Main wird wieder klaut, Nanaki Aerith. Aerith habe ich auch gerne gespielt, Aerith auch sehr gerne. Ja, der kann gut was tanken und ordentlich krippen. Das ist richtig. Das ist richtig. Den kann man so bauen, dass der, dass sein, äh, Mock richtig gut was wegtankt und man kann sein Glück ja richtig hochboosten von Kiezes und dann kann er halt richtig Crit-Damage machen. Wenn das Glück so hoch ist, dann ist jeder Treffer eigentlich ein Crit und die S-Battbespür inzwischen durch. Stimmt, das kann der auch noch, ja. Und mit Mock hat man praktisch vier Leute in der Party. Es sind alles richtig gute Argumente, aber trotzdem sitzt er bei mir auf der Ersatzbank, weil ich keinen Bock auf ihn hatte. Das mache ich jetzt vielleicht alles nochmal, wenn ich jetzt Rösten gehe oder so. Aber erstmal geht er auf die Bank. Da kriegen tiefer Aerith, Narki und Aerith kriegen da den Vorgang. Ja, großer Kritikpunkt Narkis Stimme. Jetzt kommen wir endlich mal dazu. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, ihm auf einmal, äh, aus ihm ein Kind zu machen. So, hat mir nicht gefallen. Opa! Opa! Ich habe mir gedacht, in welchem Film bin ich denn jetzt gelandet? Erst machte er, klar, er hat uns getäuscht, er ist der weise, alte Hund oder halt das, was er da ist, ne? Und dann auf einmal wird ihm erzählt, ja, der ist ein 16-Jähriger, äh, der wie ein 8-Jähriger klingt und auf einmal auch komplett kindisch redet. Der hat ja einen komplett anderen Wortschatz angenommen. Vorbei mit der Weisheit, vorbei mit den, mit der Erzählstimme nie, der war jetzt auf einmal, ist der ein Teenager oder redet auch wie so ein Teenager, wobei ich mich verstanden habe, wie konnte der sich so gut verstellen die ganze Zeit? Wie konnte der so den weisen Charakter raushängen lassen und auf einmal ist er wie so ein nerviges Kind, was da mitrennt. Mann, 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 seitdem ist er bei mir unten durch gewesen, habe ich mir gedacht, nee, nee, Junge, du kommst nicht mehr an meine Party. Mit der Stimme bist du bei mir unten durch. Also das war, äh, keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Ich verstehe die Story klar, er ist 40, er ist schon 40 Jahre alt, in Menschenjahren gerechnet, er ist 16. Aber welcher 16-Jährige redet denn so, wenn er, wenn er jetzt angefangen hätte mit, ey, Klaut, Digga, was geht? Er ist ja richtig tight hier, in, äh, der Lebensstrom, voll sick, Digga. Er zum Glück redet da nicht so, aber der redet ja wirklich wie ein Kind. Walla, Walla Bila hier, äh, ich kann die Jugendsprache nicht, lass mich in Ruhe damit. Aber ja, das ist, ähm, der redet ja wie ein Kind auf einmal. Das ist lächerlich. Den möchte ich dann auch nicht mehr in meiner Party haben. Das, das ist nicht der Nanaki, wie ich ihn mir in meinem Kopf vorgestellt hab. Das ist nicht der Nanaki, wie die Texte, wie ich die Texte gelesen habe im Original. Da hat die erste Stimme deutlich besser gepasst und ich fand diese Stimme sehr, sehr cool, wenn er was erzählt hat. Es hatte was Mystisches, sich, was Erhabenes, auf das alles, hier, mit einem Schnitzer, im Bruchteil von einer Sekunde, war das weg. Dieser ganze Charakter war einfach kaputt. Stört für mich. Hat nur noch gefehlt, dass er nicht sagt, im Kampf gilt es nicht, statt gilt nicht. Mein Gott, ey, was sie sich da gedacht haben. Naja, will mich jetzt nicht so weit darüber aufregen. Aber, ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein schwitzig vom Aufregen. So geht's mir auch. Mir ist sehr, sehr warm geworden. Muss mich gleich, äh, erstmal den Pulli-Glauber ausziehen, wenn's an FF14 geht. Aber, das ist, äh, das hat mich auch richtig mad gemacht. Hat mich richtig wütend gemacht. Ansonsten, ähm, ein Strip. Jaja, aber ich zeig keine Nippel. Nicht, dass ich hier noch gesperrt werde. Ansonsten, äh, was gibt's noch? Was hatten wir denn jetzt alles? Wir hatten Musik, wir hatten die Welt. Bleiben wir mal beim Negativen. Was hat mir auch nicht so gefallen? Äh, öfters mal die Grafik. Da haben ganz oft mal irgendwelche Texturen gefehlt. Das sah aus, äh, das sah ziemlich schlampig aus. Oder sah sehr billig aus. Einige Umgebungen, das wirkte sehr plastisch. Gerade, wenn man sich mal so Felswände angeguckt hat. Geh mal deine Beruhigungskippe puffen. Ich, äh, reg mich jetzt erstmal ein bisschen weiter auf. Naja, ist nicht wirklich aufregend. Jetzt Grafik reg ich mich nicht auf. Ist okay. Ja, hat stellenweise auch nicht gepasst, finde ich, weil die Texturen gefehlt haben. Das sah plastisch aus. Es sah billig aus. Naja, wenn ich mal an den, an die Corell, Corell, denke, ich glaube, so hieß das. Ach, ich hab mir jetzt den Begriffen nicht gemerkt. Ich bin ja, wie gesagt, nicht so der FF7-Crack. Da geht man so über eine Hängebrücke und wenn man mal nach unten guckt, da ist so Wasser. Und da schwimmt ein Boot. Mein Gott, ich hab noch nie ein hässlicheres Boot gesehen. Entweder haben sie das Original aus FF7 genommen als Anekdote, als Easter Egg oder sie haben einfach das komplett vergessen, dem Boot da unten ein paar Texturen zu geben, weil das war einfach nur so ein Ligon-Pixel-Matsch-Brei, der da unten, ja, im Wasser schwamm. Ist jetzt meckern auf hohem Niveau, aber das ist öfters mal vorgekommen, dass Texturen halt gefehlt haben oder nicht schön aussahen. In der Open World sahen die Charaktere auch nicht immer schön aus, kann mit der Belichtung zusammenhängen oder auch wenn die mal in einem Fahrstuhl standen, dann sahen die Gesichter ziemlich gruselig und leblos aus, so als wenn die Seele den Körper verlassen hat. Auch da, ja, na, ist verständlich, glaube ich, kann man nicht viel meckern, aber sieht halt auch auch nicht schön aus. Aber man muss auch dazu sagen, so, sonst die Charaktermodelle, wenn es dann mal gewechselt hat, wieder in eine Zwischensequenz, dann sah alles wie top aus. Also wenn die sich da unterhalten haben, auch in der Open World, dann hat das immer sehr schön ausgesehen. Ich meine, die Charaktermodelle waren gut, schön anzusehen. So, wer sich in Tifas braunen Augen nicht verliert, dem kann ich auch nicht mehr helfen. An diesen wunderschönen braunen Augen, also Tifa ist ein wunderschöner Charakter, muss man mal sagen. kann ich verstehen, wenn man da so einen kleinen Crush auf sie hat. auf jeden Fall eine schöne Frau. Sag es mal so. Gut, genug gesabbert. Bin ja hier nicht mehr 16. Ja, das ist also das, der Modelle an sich weitestgehend top gemacht. Ich fand es auch immer sehr schön, wenn man in so einer kleinen Sequenz war, die haben sich unterhalten, sei es jetzt Open World oder in der Stadt oder bei der Sidequest oder auch in der Hauptstory. sie quatschen so miteinander und dann hat man automatisch so diesen Kameraschwenk nach hinten zum Main Character. Meistens bei mir war es Cloud, also die Kamera schwenkt hinter Cloud. Man kann sofort weiterspielen. Es war immer so ein fließender Übergang von Zwischensequenz wieder rein in die Spielwelt und es geht sofort weiter und das fand ich auch immer cool. Das waren immer coole Shots und ja, Kritikpunkte halten sich echt in Grenzen. Also ich habe da nicht so viel zu meckern, dass es KI in den Kämpfen von den Kumpanen, die ist echt wirklich grauenhaft, vor allem je weiter das Spiel voranschreitet, desto grauenhafter agieren deine Kumpanen. Du musst das alles über Materia steuern, dass die ihre Autofertigkeiten machen, dass sie automatisch zaubern, dass sie automatisch die Waffenfertigkeiten machen und so weiter und so fort, weil ansonsten machen die halt leider nicht viel oder du musst alles selber machen. Da hatte ich ja mit dem lieben Amico auch schon im Podcast drüber gesprochen, und da hat er natürlich klugerweise eingeworfen, ey, man kann auch das Gambit-System einbauen. Aus FF12 wäre eine wunderbare Idee, dass man seinen Kumpanen Anweisungen geben kann über das Gambit-System, dass sie eben automatisch agieren innerhalb dieser Abfolge. Und das Lustige ist ja, sie haben ja dieses Gambit-System auch ins Spiel eingebaut, nur innerhalb eines kleinen Minigames. Und das hat mich richtig wütend gemacht, wo ich mir denke, ey, ihr wisst, dass es existiert. Ihr baut das im Spiel sogar ein, aber warum für ein Kack-Mini-Spiel und nicht als Hauptfeature für die Charaktere? Ich verstehe es nicht, warum man sowas macht. Da stehen die KI-Kumpanen meistens doof in der Gegend rum oder so und weichen nicht richtig aus oder blocken nur, ey, keine Ahnung. Da hat mich wütend gemacht alles. Das musste ich selber machen in den Kämpfen. Also das ist nur so ein Kritikpunkt. Oder die sollen sich an der Tales-Of-Reihe bedienen. Kann man auch seine Kumpanen, KI-Kumpanen einstellen, wie die sich verhalten sollen. Eher passiv oder aggressiv sollen die sich mehr aufs Heilen fokussieren oder sollen die sich auf den Angriff fokussieren. Das hätte man doch auch alles einbauen können. Aber ich hätte gerne, dass meine KI-Mitstreiter ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr agieren und ich das auch einstellen kann, wie die agieren. So kann ich das nur über Materia machen, aber vielleicht soll ich das auch nur über Materia machen. Vielleicht ist das Sinn und Zweck. Da habe ich mich aber genug Themen aufgelegt. Also Aufreger für mich sind Minispiel, Anarchies Stimme und die KI-Kumpanen, dass die nicht richtig kämpfen. Das sind so meine drei Aufregerpunkte gewesen. Ansonsten, das Positive überwiegt doch sehr und ich glaube, ich könnte noch weiter mich totreden. Ich bin schon jetzt bei einer Stunde fast angekommen. Ich glaube, das reicht oder gibt es noch irgendwelche Punkte, die man da jetzt ansprechen könnte spontan. Spontan fällt mir nichts ein. Das fällt mir nachher wieder alles ein, wenn ich im Bett liege nach dem Stream, wo ich mir denke, darüber hätte ich noch erzählen können, darüber hätte ich noch erzählen können. Deswegen würde ich dann halt gerne nochmal so ein Partnergespräch suchen, dass man mal wirklich mit jemand anders darüber redet. Da kommt dann glaube ich nochmal ein neuer Input, wo man sich austauschen könnte. ansonsten ich würde mal behaupten, ich habe jetzt sogar gesagt, 70 Stunden habe ich in dem Spiel drinne mit den ganzen Nebenquest-Gedöns, was ich noch machen kann. Ich habe dann zum Ende hin recht viel liegen lassen, weil ich nur noch Mainstory machen wollte, weil ich mir dachte, okay, du musst jetzt mal die Mainstory fertig machen. Sind das bestimmt nochmal 40 Stunden, die ich da reinstecken kann? Das zeigt schon, das Spiel ist massiv groß. Wenn man Bock drauf hat, kann man sich sehr in dieser Welt verlieren und man kann sehr, sehr viel machen und man kann sehr, sehr viel Zeit reinstecken und das ist doch das, was wir wollen, oder? Das ist doch das, was ein Final Fantasy Fan eigentlich will. Der will sich in dieser Welt verlieren und der will alles machen und der will vielleicht auch alles auf 100% machen. Ich werde nicht alles auf 100% machen, aber soweit es geht und soweit meine Zeit es noch zulässt, werde ich das alles angehen und bin sehr gespannt, wie viel Zeit am Ende auf dem Tacho steht, aber ich glaube 40 Stunden zusätzlich ist es jetzt nochmal. Ich bin mal ganz ehrlich, so von Shadley, so die ganzen Bonus-Kämpfe, da habe ich noch gar nichts weiter gemacht, außer die Esper-Kämpfe, da ist noch alles grau bei ihm, da muss ich noch einiges machen und die ganzen Minispiele und Sonderkämpfe gegen spezielle Formen und Sidequest machen und noch paar Schätze suchen und Mogris einfangen, es gibt ja so viel Kartenspielen, Queensplot, Kopf explodiert. Ach ja, ansonsten gibt es noch Themen, irgendwie noch was, worüber man sprechen könnte, eine positive Sache, die ich noch hervorheben will, Sid, auch wenn der nicht so eine große Rolle spielt, aber Sid einfach bester Mann, was der auch für eine Stimmung in diese Gruppe reinbringt, das ist irgendwie so wie dieser lockere Onkel, aber so ein bisschen keck mit den Sprüchen und wie er dann immer zu Cloud geht und ihn antatscht und sagt, Buddy, ihm auf die Schulter klopft und damit so ein Lachen einfach weitergeht und Cloud einfach so richtig emotionslos mal so dasteht und immer denkt, was willst du von mir und Sid einfach so richtig unbeirrt da alle so ein bisschen so auf die Schippe nimmt und nur einen Stupser gibt und einen flotten Spruch rauslässt und immer alles cool. Wenn der dann im dritten Teil dann auch nochmal eine größere Rolle spielt und mehr Screentime auch bekommt, da hätte ich richtig Bock drauf. Richtig gut. Sowieso fand ich überhaupt nicht nervig, fand die sehr amüsant, hat der Gruppe sehr gut getan. Ich habe letztens bei, ich weiß gar nicht, wo ich da mal reingeguckt habe, da hat jemand mit deutscher Synchro gespielt, da habe ich mir gedacht, oh Gott, also Tiefe hat für mich gar nicht gepasst, die Stimme, Aerith, die Stimme fand ich auch sehr nervig, Tiefe und Aerith fand ich sehr nervig, Yuffi haben sie auch nicht gut getroffen, fand ich im Vergleich zum Englischen, die kam auch eher nervig rüber, von daher, äh, Englisch war gute Wahl von mir, Englisch war gute Wahl. Ich finde die deutsche Synchro eigentlich sogar gut, bis auf Ausnahmen. Von dem, was ich gesehen habe, hat es mich nicht abgeholt, das muss ich leider sagen, ich weiß es nicht, muss ich vielleicht nochmal ein bisschen bei Amico reinschauen, der spielt es ja auch auf Deutsch. Mal gucken, vielleicht überzeugt mich das dann noch ein bisschen mehr. So, aber ich denke, das war es, es sollte ja nur ein kleiner Talk werden, es sollte ja eigentlich noch ein kleiner Recap Talk werden, der jetzt doch ein bisschen länger geworden ist, ich glaube, ich habe da ein bisschen Arbeit, was Schneiden angeht. Oh Gott, in diesem Sinne, ich sage, auf Wiedersehen YouTube, winke, winke, wie sagen die Profis immer, kommentieren, Like da lassen, würde ich mich super freuen und, äh, abonnieren natürlich auch sehr gerne in diesem Sinne, äh, tschö mit Öl, reingehauen, bis zum nächsten Mal.